Hallo zusammen, ich bin Gilles Büttler und lehre Polymechaniker. Die drei Wörter, die den Beruf als Polymechaniker beschreiben, sind Technik, Präzision und Handwerk. Als Polymechaniker stelle ich Teile aus Metall und Kunststoff her. Dabei fasziniert mich vor allem das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine. Als erstes programmiere ich mein Werkstück in einem CAD-Programm am Computer. Hier ist ein gutes Vorstellungsvermögen sehr wichtig. Als Polymechaniker haben wir sehr viele verschiedene Arbeitsgeräte und Hilfsmittel. Vom PC über die CNC-Maschine und die Schiebler ist alles dabei. Bist du ja auch handwerklich geschickt, willst du mal so richtig spendeln oder ein cooles Deali herstellen, dann lohnt es sich der Polymechaniker, das Wiscals genauer anzuschauen.